Hallo ihr Flöhe, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Let's Play Grania 2 auf der Nintendo Switch. Wir sind in diesem wundervollen Wald unterwegs. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Wo wir doch hier so ganz alleine sind und ohne Gegner. Und auf der Suche nach diesem heiligen Schwert. Ah, ich bin dran. Wollte ich gerade sagen. Ich bin auch in die Gegner reingelaufen. Das kann doch gar nicht sein, dass die dran sind. Joa, hau mal, Bogenbeen. Mal gucken, ob wir heute hier den Wald verlassen können. Das wäre schon echt cool. Joa hat es schon echt drauf. Mal gucken, ob ich heute viel vorlesen muss. So, so müsste er okay sein. So. Also müssten eigentlich so langsam mal durch sein mit dem Wald. Achso. Könnte ich mir halt vorstellen. Nein, ein Pilz. Tempopilz. Hier war noch ein Schatz. Hab ich gesehen. Von unten. So, entweder hier lang oder da hinten. Gibt ja jetzt nicht mehr so großartig viel Auswahl. So. Die Pilze sind weg. Stören mein Karma. Initiative. So. Einmal. Ryodo. Ach, er ist so schön. Mach ihn doch mal. Wer hat schon echt Skill? Ja. Wer hat schon echt Skill? Da, 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 da. Heilkräuter. Nochmal was Geld. Wir sind ja so arm. Huch. Wie hab ich damit grad nicht gekriegt. Einmal Asthmaanfall beim Baum. Arme Eleanor. Hab ich nicht noch was Schwickes? Nö. Okay, gut. Dann. Release wind. So, Attacke. Gotta work even harder. Ich kann gleich noch was für Punkte verteilen. Na, da geh ich noch hin. Also wenn ich so viel Geld noch bekomme, dann werd ich es auch wahrscheinlich noch brauchen. Initiative! Wir sind an der Reihe, das heißt, es gibt auch die Nuss. Na, zwei weniger. Kein Problem. Kyo regelt. So geht es hier weiter? Es sieht so aus, als ob es hier weitergeht. Da muss ich mal oben gucken, was da oben ist. Ganz kurz mal gucken. Obwohl, da sieht es auch aus, als ob es weitergeht. Unfair. Ne, hier oben geht es weiter. Hier oben geht es weiter, das heißt, ich geh mal da hinten gucken, was da noch ist. Ah, eine Truhe. Schwarzer Gürtel. Hat es doch gelohnt, mal gucken zu gehen. Hallo Flugzeug. Schön, dass du auch in die Aufnahmen wolltest. Finde ich sehr lieb, reizt von dir. Mach doch, ich verteile noch schnell die Punkte. Ich verteile noch schnell die Punkte. So. Aber ich hau das, glaube ich. Hier war alles gemacht bei ihr. Wiederbeleben. Das finde ich gut. Äääähhm. Spezialkraft. Tragezeichen Kann ich noch Das hier kann ich noch So, alle Punkte verteilt Sehr schick Dann ab zum nächsten Gebiet Der Große Riss Passiert jetzt nichts? Kann ich die Ansicht nicht drehen? Naja, okay Ah, okay Ist das der Turm Der Purpurwolke? Das heilige Schwert Weil man durchbohrte den Boden Durchbohrte und fiel zu Boden Ah, Entschuldigung Ich krieg das nicht so schnell vorgelesen Ach, jetzt wachtest du Das ist aber nett Okay Wenn es so ist Wie es im heiligen Buch steht Dann ist in diesem Wirbelwind Das Kranerschwert Was für ein Ort Es tut weh hinzusehen Der Wind ist unglaublich Los Gehen wir Ach, schön Yay Heilen Nein Mein Speichert nicht erst Erst tut man heilen Falls ich laden muss, dann Vergess ich das Ähm Die hier Oh Eine schicke Treppe Hey, ich bin gespannt Was noch kommt Ah, hier geht es wieder rauf Hab ich mich erschrocken Ach, war ich Alter, hab ich mich erschrocken Ah, hier geht es wieder rauf Ich habe gar nicht gerechnet, irgendwie Ich habe gar nicht gerechnet, irgendwie Ich habe gar nicht gerechnet, irgendwie Elena riegelt? Elena! Ein Drachnen! Sehr schick. Sehr elegant rumgesprungen. Kann ich nicht hier durch? Männerstirnband, Männereisenpanzer, Aktionssamen. Okay, warte. Jetzt will ich mal mal gucken. Ich will mal gucken, was das ist. Ist es besser als das, was du anhast? Uh, das war das Stirmband. Was war denn das andere? Ah, hier. Oh, das ist schlechter. Gleich du. Nee. Huch. Ich dachte, du springst doch hoch. Überrascht! Du Vogel hast mich von hinten angegriffen. Ja. 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 So. Einer weniger. So. Boah. Merkt mir die Pedervieh. Gotta work even harder. Flinkheitssamen! Da, 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 da. Und jetzt? Kann ich da nicht vielleicht nochmal hoch? Ich hab da noch was gesehen. Ich mag doch nur kurz gucken. Ganz ein kleiner Blick. Da, 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 da. Release Wind. Es ist hier komplett egal, wer alles mitfällt. Heile Früchte. Hardly worthy of my notice. Heile Früchte. Zwei Stück. So. Müssen wir mal warten, bis alle da sind. So. He. Meine Fresse. Jedes Mal. Ja. Ja, ja, ja. Warte. Ich geh mal hier hoch. Wenn ich da sonst alleine so runtergehe, dann, dann hier. Ah, oder so. Habe ich eher gedacht, dass die das nach uns schmeißen. Aber so ist natürlich auch sehr unschön. Achso, unfair. Die greifen wir von oben an. Nur, das wäre besser für euch. Gut. Dann so. So, einer weniger. Lass doch die arme Elena in Ruhe, meine Güte. Der hat euch nix getan. Zack. Weg mit dir. Flinkheitsarmen. Und ein Level Up für Marek. Noch kurz Punkte verteilen. Und ein Level Up. Ah. Kalf sein, man muss nichts mehr. Okay, gut. Uhhh. Was mit dir und Magie. Stärkung. Und dann ist nichts mehr da. Nee, geh weg. Jetzt will ich auch nicht mehr. Ich will nur kurz was gucken, was da ist. Nebeck, lass mich doch nicht gucken. So. Hau mal rein hier. Ich hab tatsächlich lange nicht mehr mit Millenia gekämpft. Silberfeder. Fällt mir gerade so auf. Na gut, dass ich doch hier lang gegangen bin. Mein sechster Sinn hat mir das verraten. Ich hab keinen sechsten Sinn. Alles gelogen. So, aber ich würde sagen, wir machen hier einen kurzen Cut und wenn es euch gefallen hat und ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann lasst mir doch gerne ein Abo da und wir hören und sehen uns dann beim nächsten Mal. Eure Florin. Eure Florin. Bye. Bye.